Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein kleines Special, das wir feiern. Ihr habt es im Titel gelesen, es sind nun insgesamt vier Jahre. Vor ziemlich genau vier Jahren hatte ich nämlich mein erstes Review für einen Gaming Booster hochgeladen. Mein erster Gaming Booster, den ich probiert hatte, war aus den USA und zwar von G Fuel. Jedoch war das nicht der erste Gaming Booster, den ich auch reviewed hatte, sondern die meisten wissen es schon. Damals, es war der TriHard Plus, der den Startschuss für etliche weitere Reviews dann gegeben hatte. Ich weiß auch noch, wie ich das Video damals geschnitten habe. Da gab es einige Probleme mit dem Video. Ich war fast fertig und damals hatte ich noch Sony Vegas genutzt. Und natürlich ist das dann kurz bevor ich speichern konnte, abgestürzt die Anwendung. Und ich war dann bei Null. War dann natürlich ziemlich genervt, weil damals war 10 Stunden oder mehr Schneidearbeit für mich ganz ungewohnt. Und mittlerweile ist es ja normal, wenn ich mal auch 20 Stunden am Video sitzen würde. Aber damals war das dann halt frustrierend. Ich habe es dann aber trotzdem nochmal versucht. War dann sogar ein bisschen schneller fertig mit dem Video. Also je mehr man schneidet, desto besser wird man da natürlich auch drin. Und ich wusste auch schon, was ich wie schneiden will dann in dem Video, weil ich es ja halt schon mal gemacht habe. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich es dann nochmal durchgezogen habe und das Video zu Ende gebracht hatte. Denn ja, ihr seht ja, was draus geworden ist. Wir sind jetzt knapp 3000 Leute hier auf dem Kanal. Haben noch einen weiteren Meilenstein erreicht und zwar 500.000 Aufrufe. Eine halbe Million Leute haben sich das hier angeschaut. Wie gesagt, möchte ich das dann auch heute feiern. Und zwar verlose ich dann zusammen mit Gamers Only, passend zum vierjährigen Jubiläum, dann auch vier Dosen Performance Drink und vier Shaker, also vier Performance Packs. Die Teilnahmebedingungen sind ganz simpel. Folgt mir auf Instagram, folgt Gamers Only auf Instagram und kommentiert dann den Post von Gamers Only zum neuesten Produkt. Das war der Performance Milkshake Banane. Was ihr da kommentiert, ist egal. Schreibt einfach irgendwas, was ihr von dem Produkt haltet, wie ihr die Idee findet. Oder dass ich euch hier einfach dann hingeschickt hatte, weil ihr was gewinnen wollt. Für den Leuten, die dann dort kommentiert haben, mir als auch Gamers Only folgen, werde ich dann vier Gewinne raussuchen. Ich sende euch dann die Codes persönlich zu, dass ihr dann ein Paket nach eurer Wahl bestellen könnt. Auch so ein kleiner Disclaimer, das halt technisch nicht anders möglich ist. Ihr müsst leider die Versandkosten tragen, also entweder ihr tragt sie selbst oder ich werde sie übernehmen. Die Versandkosten sind hier bei knapp 3,90 Euro, glaube ich. Kann ich euch auch per Paypal schicken dann, also den Gewinnern. Das ist auch für mich in Ordnung. Der Vorteil an den Codes ist halt einfach, dass ihr eure persönlichen Daten nicht an mich weitergeben müsst. Erhaltet dann auch direkt von Gamers Only den Performance Drink. Geht halt schneller, als wenn es erstmal zu mir geschickt wird und dann ich das zu euch zum Beispiel schicken würde. Ist, denke ich mal, ein ziemlich cooles Jubiläum. Auch die Gewinne sind cool. Also danke auch nochmal an der Stelle an Gamers Only fürs Sponsoren des Videos. Allen Teilnehmern an Gewinnspiel wünsche ich schon mal viel Glück. Die Teilnahmebedingungen sind dann auch noch mal in der Videobeschreibung. Ihr solltet mindestens 16 Jahre alt sein. Natürlich wäre es besser, wenn ihr schon volljährig seid. Macht es immer ein bisschen leichter. Ausgelost wird das Ganze dann am 25.02., weil das dann genau der Jahrestag ist von meinem ersten Review. Ich werde dann die Gewinne auch da selbst anschreiben auf Instagram. Dann den Code, wie gesagt, teilen. Und danach gibt es dann auch, wenn die Gewinner feststehen, eine Story von mir auf Instagram. Das sollte dann spätestens am 27. oder am 28. Februar auf meinem Kanal online sein. Ich hoffe, euch gefällt das kleine Gewinnspiel. Lasst einfach ein Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.